Herzlich Willkommen bei Games on Air mit dem Dave Groh und mit dem guten Antono. Alter, dein Ernst? Entschuldigung, ist denn Micha? Ja und? Ich kann doch nicht einfach zu Micha, ist egal, strühe jetzt. Hallo Chef? Ja natürlich, ich steh dran. Tono auch. Ja, ja, ja. Wie kann ich helfen, Chef? Okay. Hast du den Echo vielleicht schon? Ja, okay, okay, kann ich denn den Tono mitnehmen? Okay, ja, alles klar, alles klar. Ja natürlich, viel mehr Begeisterung, Chef. Dankeschön, Dankeschön. Ich werde dich nicht getäuschen, alles klar. Ciao dann, bis zum nächsten Mal. Und was wollt der jetzt von dir? Viele und Metzl fallen wohl aus. Ich soll die Let's Player TV-News machen? Schön, solange ich nicht dabei sein muss. Musst du nicht, ich soll es alleine machen. Ja, gut. Viel Spaß an den Spacken. Oh Mann, ich geh da mal rüber ins alte Studio. Machen wir dann später weiter hier. Ciao. Ciao. Herzlich willkommen zu den Let's Player TV-News. Ich bin der Eltono und jetzt geht's zum großartigen Dave Crowe. Servus. Bevor ihr fragt, warum ich so aus der Pust bin, das gute Studio, unser Studio, das von Games on Air, liegt leider auf der anderen Straßenseite. Wo wir gerade mal bei Studio sind. Ziemlich klein, der Puff hier. Also Tono und ich, der hätten ja nicht reingepasst. Ich verstehe schon, warum wir das Bessere haben. Ach, wir sind ja nun mal auch die besseren Moderatoren. Ich meine, selbst unser Echo hat ein größeres Studio und der ist nur im Keller. Ja. Ein ziemlicher Schweinestall ist das hier auch. Die lassen alles liegen. Habe ich das ganz komische Gefühl nach jedem Dreh. Was haben wir denn hier? So wie die stinkt, müsste die vom Fiedel sein. Könnte auch mal waschen. Aber egal, die lasse ich jetzt einfach ran drauf geschissen. Ich glaube, hier liegt auch noch ein Zettel vom Metzel. Mal gucken, wo drauf steht. Aber nicht damit ihr jetzt denkt, ich fange jetzt hier an zu babbeln wie der. So ganz bestimmt nicht. Wir fangen jetzt einfach ganz normal an mit den Let's Player TV News. Bis gleich. Tja, und das sind wir auch schon bei den Let's Player TV News. Tja, wie immer, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr euch auch diese Sendung gerade anschaut. Alle Themen, die ihr heute hier zu sehen bekommt oder hört von mir, die findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich sage, bevor wir jetzt hier weiter doof rumlabern, oder beziehungsweise bevor ich weiter hier doof rumlabere, fangen wir doch einfach an mit dem ersten Thema. Wer auf die Gamescom 2015 gehen will und sich noch keine Tickets reserviert hat, der wird in rund einer Woche Schwierigkeiten bekommen. Denn die Tagestickets sind alle ausverkauft. Mit etwas Glück kommt man an Nachmittagskarten, deren Verkauf startet täglich um 14 Uhr an den Schaltern der Gamescom. Allerdings ist mit enormen Wartezeiten zu rechnen, bringt also etwas Zeit mit. Für Leute, die also weiter weg wohnen, wird es sich eher weniger lohnt, zur Gamescom zu fahren und ihr Glück zu versuchen. Natürlich werden wieder solche Größen wie Microsoft, EA, Namco, Konami, Ubisoft und viele andere auf der diesjährigen Gamescom vertreten sein. Aber nicht nur Gamerherzen können höher schlagen, denn es wird eine Let's Play meets Gamescom-Bühne geben. Das heißt, Let's Player direkt vor eurer Nase. Angekündigt sind bis jetzt Pete Smith, Tin Nendo, Mr. More Games, Herr Kurewurst und Mafoyo und viele, viele mehr. Und für all diejenigen unter euch, die nach dem stundenlangen Stehen und Gedränge noch nicht genug haben, nach der Gamescom wird es nämlich weitergehen mit Last Man Standing 3. Ihr habt richtig gehört, Last Man Standing 3 wird auf der Gamescom vorgeführt. Karten dafür, wurde mir gesagt, gibt es auf der Gamescom selber für rund 10 Euro. Bleibt nichts weiter zu sagen, außer viel Spaß mit dieser Unterhaltung. Wer sich für Startups und deren Landschaft interessiert, der wird irgendwann auch über den YouTube-Kanal VentureTV stolpern. Hier erscheinen seit rund 5 Jahren regelmäßig Videos über die Startup-Welt in Deutschland. Von den Somewhere-Brüdern, My Muesli bis hin zu der neuesten Serie, wo es über YouTube geht. Zuletzt erst kamen drei interessante Interviews, wo man einiges erfährt. In einem Video ist LeFloid zu sehen, welcher zuletzt unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel interviewt hatte. Im nächsten ein Mitarbeiter vom YouTube Space Berlin. Und Philipp Streuer, welcher einmal beim YouTube-Partner-Netzwerk Mediakraft tätig war. Fürs Wochenende sicherlich nicht die schlechtesten Videos. Nehmt euch ein paar Minuten Zeit und schaut euch die Interviews an. An so manchen Stellen wird es doch sehr interessant und man bekommt einen neuen kleinen Einblick in die YouTuber-Welt. Die zweite Staffel von TubeClash befindet sich bereits in der Postproduktion. Nun können Vorschläge für Kanäle, die bei der zweiten Staffel mit dabei sein sollen, bei Dark Victory eingereicht werden. Es ist gar nicht so lange her, da beendete Dark Victory die erste Staffel TubeClash. Die Serie, in welcher YouTuber auf einer vermeintlich verlassenen Insel gestrandet sind, wurde ein national gefeierter Überraschungshit. Nicht umsonst gewann das Produktionsteam im letzten Monat ganze drei Web-Videopreise in verschiedenen Kategorien. Bereits vor einigen Monaten kündigte Dark Victory an, dass er TubeClash zu einer Trilogie formen möchte. Die Postproduktion der zweiten Staffel befindet sich bereits in vollem Gange. Doch die Teilnehmer der folgenden Staffel stehen noch nicht fest. Dies soll sich in den nächsten Wochen jedoch ändern. Denn das Einreichen von Kanalvorschlägen ist ab heute offiziell möglich. Das heißt, wenn ihr also einen YouTuber gerne in TubeClash sehen wollt, der noch nicht darin vorkam, dann schlagt ihn jetzt vor. Wenn ihr euch fragt, wie kann ich denn nun meinen Wunsch-YouTuber vorschlagen, kommt hier die Antwort. Mit Hilfe eines von Dark Victory erstellten Formulares können nun Kanäle vorgeschlagen werden, die sich in der zweiten Staffel von TubeClash gewünscht werden. Dabei ist es vorerst irrelevant, wie viele Abos dieser Kanal vorzuweisen hat. Allerdings ist damit zu rechnen, dass letztendlich ausschließlich die großen und die beliebten YouTuber einen Platz in TubeClash bekommen werden. Den Link zu Info-Nomala findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. So, nun genug von den großen YouTubern, kommen wir langsam mal zu den richtig wichtigen Themen. Wir durften wieder für euch Produkte testen. Diesmal mit dabei ein 40 Zoll Full HD TV von Hisense und ein Monitor von AOC. Wenn ihr mehr über diese Geräte erfahren wollt, dann schaut unbedingt unten in der Videobeschreibung rein. Da sind die Links zu den Testberichten. Ja, das waren sie wieder, die Let's Player TV News. Diesmal mit mir, mit Dave Crowe. Ich bedanke mich beim Fidel für diese grandiose Chance, dass ich mal alleine vor der Kamera stehen durfte und nicht immer mit... Alter, wie lange willst du jetzt hier noch rumschleimen? Wir haben keine Zeit, wir müssen Games on Air aufnehmen. Ja, ist ja gut. Hör auf mit dem Scheiß hier. Ja, ich komm ja schon. Ja, ihr habt den Chef gehört. Bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer... Tudeloo, ihr Wixer!